Musik In unserer kleinen Serie von Kurzvideos geht es ja in erster Linie um einfache Schaltungen für Anfänger. Wir bauen einen etwas anderen Schwingungserzeuger mit ganz wenigen Bauelementen, mit nur einem RC-Glied und ohne Transistor. Stattdessen benutzen wir einen Diag. Das Funktionsprinzip ist recht einfach, wenn man weiß, wie ein Diag funktioniert. Anfangs ist der Kondensator noch leer und der Diag ist gesperrt. C1 lädt sich über R1 auf. Wenn die Durchbruchspannung des Diag erreicht ist, zündet der und entlädt den Kondensator schlagartig. R2 dient dabei der Strombegrenzung, damit der Diag dabei nicht zerstört wird. Wenn der Haltestrom unterschritten wird, sperrt der Diag wieder und C1 kann sich erneut aufladen. Am Ausgang entsteht eine Art Sägezahnspannung, deren Frequenz von der Größe der Widerstände und des Kondensators abhängt. Wird R2 zu hoch gewählt, kann es sein, dass das Entladen nicht richtig funktioniert und die Schaltung nicht richtig arbeitet. Die Betriebsspannung muss natürlich über der Zündspannung des Diags liegen, die meist so um die 35 Volt beträgt. Mit den von mir gewählten Werten ergibt sich eine Frequenz von etwa 550 Hertz. Mit einer kleinen Erweiterung lässt sich daraus ein LED-Blinker für die Netzspannung bauen. Aber Vorsicht, Arbeiten an der Netzspannung ist nichts für Laien. Wer es trotzdem versuchen will, sollte wenigstens einen Trenntransformator benutzen und nicht direkt an der Netzspannung experimentieren. Wenn euch der kleine Tipp gefallen hat, wisst ihr ja, wie ihr mir das mitteilen könnt. Morgen geht es weiter.